Was nimmt der Generalsekretär der neuen Volkspartei von einem Oberösterreich-Besuch mit nach Wien? Viele neue Ideen, es waren spannende Gespräche, vor allem auch ein toller Betriebsbesuch bei News-A-DU, wo man schon einen Einblick bekommen hat in die neue Medienwelt. Ja, es war einfach ein schöner Tag bei euch. Vor ungefähr einem Jahr wurde der Nationalrat neu gewählt. Was ist seither in Österreich anders geworden? Der neue Stil, den Sebastian Kurz in seiner Wahlkampagne propagiert hat, der hat auch in die Bundesregierung Einzug gehalten. Mit unserem Koalitionspartner gemeinsam sind wir jetzt dabei, das Regierungsprogramm abzuarbeiten. Die wichtigsten Maßnahmen, die jetzt schon beschlossen worden sind, sind die Entlastungsmaßnahmen. Einerseits in einem Einkommensbereich von 1.340 Euro bis 1.940 Euro, 300 Euro mehr im Jahr. Und das Allerwichtigste ist der Familienbonus. 1.500 Euro pro Kind pro Jahr mehr ab 1.1.2019. Herr Generalsekretär, wie erklären Sie die große Beliebtheit von Bundeskanzler Sebastian Kurz? Seine Authentizität. So wie er es anlegt, so wie er sich gibt, so ist er auch tatsächlich im Umgang mit den Menschen. Das habe ich ganz besonders gespürt, auch bei uns in der Struktur, in der Volkspartei. Ihm ist der wertschätzende Umgang, der neue Stil miteinander, nicht nur ein Anliegen, das er nach außen kommuniziert, sondern auch nach innen lebt. Und das macht es einfach auch so schön für ihn zu arbeiten. Politik ist ein Fulltime-Job. Gerade als ÖVP-Generalsekretär können Sie trotzdem manchmal abschalten? Ich habe das große Privileg, eine wunderbare Familie zu haben. Und die bringt mich dazu, einfach durch die Alltagsrealität auch dann ganz andere Dinge plötzlich im Kopf zu haben. Vielen Dank.